Erfahrene Geisterjäger erzählen von ihren heftigsten Erlebnissen. Dieses Haus ist mehr als verflucht. Sie sind Experten für übersinnliche Phänomene, aber diese Fälle stellten auch sie auf die Probe. Das Böse hier war fast greifbar. Ein Geisterjäger muss sich mit der dunklen Vergangenheit eines Beerdigungsinstituts auseinandersetzen. Die Toten wurden nicht bestattet, sondern eingemauert. Ein Vater-Tochter-Team in Ohio spürt einen Geist auf, als er einen Ball durchs Haus kickt. Andere Geisterjäger werden von einem unheimlichen Wesen bedroht. Sie sind stärker als wir. In der ländlichen Kleinstadt Trinway, Ohio steht Prospect Place. Die Villa wurde 1856 von George Adams erbaut, einem Eisenbahnmagnat und Sklavereigegner. Das Gebäude hat 29 Zimmer und befindet sich auf einem 5600 Hektar großen Grundstück. Nach dem Tod von George Adams 1879 verarmte die Familie und das Haus wurde aufgegeben. 2001 nahm sich der Ururenkel von George Adams der Renovierung an, doch in dem Haus schien es zu spuken. Die Bauarbeiter wurden von Erscheinungen heimgesucht, von mysteriösen Geräuschen und Angstattacken geplagt. Sie unterbrachen die Arbeiten und flohen. Sie hörten flüsternde Stimmen und sahen Schattengestalten. Außerdem wurden die Arbeiter geschubst und gekratzt. Der Besitzer will nun endlich mit den Renovierungsarbeiten fortfahren. Doch diesmal bittet er zunächst ein Expertenteam für Übersomene um Hilfe. Alan Tolf und seine Tochter Anna arbeiten seit fünf Jahren als Geisterjäger. Alan ist ehemaliger Polizist. Anna hat einen Abschluss in Psychologie und Biomedizin. Sie sind gespannt auf ihren Besuch in der Villa. Ein wunderschönes Haus mit einer dunklen Geschichte. Wir wollten dort unbedingt der Sache auf den Grund gehen. Ich habe mich sehr auf die Untersuchung gefreut. Ich wusste, dass dort etwas sein musste und wollte so viel wie möglich darüber erfahren. Im Vorfeld erforschen Alan und Anna die Geschichte des Hauses und ahnen, dass es Ärger geben könnte. Im Zuge unserer Recherche erfuhren wir, dass Hausbesetzer in der Villa satanische Rituale durchgeführt haben sollen. Da waren noch andere starke Impulse. Alan und Anna sind deshalb besonders wachsam. Man ist ja angreifbar. Schon beim Hereinkommen spürten wir etwas. Ihre Vermutungen bestätigen sich. Ich hörte ein Geräusch. Es klang, als würde jemand einen Ball gegen eine Wand werfen. Aber außer uns war niemand im Haus. Das war sehr beängstigend. Vorsichtig erkunden Alan und Anna die Ursache des Geräusches. Wir gingen zur Treppe. Da war nichts. Die Geisterjäger suchen nach Beweisen für paranormale Phänomene. Ich sehe mich mal genauer um. Wir installierten am Ende des Flurs eine feststehende Nachtsichtkamera mit Blick auf unsere Ausrüstung. Sieh dir das mal an. Als ich auf die Kamera zuging, sah ich einen großen, weißen Ball, der aus der Dunkelheit kam. Er bewegte sich hin und her, als würde er dem Licht des Monitors ausweichen. Er hielt sich dicht an der Wand und verschwand darin. Da fliegt ein Geisterfleck um dich rum. Hast du ihn gesehen? Ja, gruselig. Unter uns Experten sind diese sogenannten Geisterflecken umstritten. Es handelt sich vermutlich um eine Energiekugel und ist nachweislich kein Staub, die man an der Art der Bewegung erkennen kann. Angesichts der sich steigernden Aktivität begeben sich Alan und Anna in den Tanzsaal. Dort soll es zu Teufelsanbetungen gekommen sein. Im Tanzsaal sollen satanische Rituale praktiziert worden sein. Als wir den Tanzsaal betraten, konnten wir die negativen Schwingungen fühlen. Sie entdecken Symbole, mit denen sich die Teufelsanbeter anscheinend vor den Dämonen schützen wollten. Auf die Wand war ein Kreuz gemalt. Zur Abwehr. Sie wollen wissen, womit sie es zu tun haben und ergreifen spezielle Maßnahmen. Wir starteten eine Sitzung mit der Ghostbox. Dabei handelt es sich um ein modifiziertes Radio, das unterschiedliche Abtastgeschwindigkeiten im AM- und FM-Frequenzbereich darstellt. Geister können mithilfe dieser Geräusche für uns verständliche Worte äußern. Damit kann man einen Geist sofort hören und nachweisen. Wir wollten das identifizieren, was in diesem Raum war. Lange müssen sie nicht auf Ergebnisse warten. Im Handumdrehen verändert sich die Atmosphäre vor Ort. Wer ist da? Zeig dich! Ich spüre kalte Luft. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Wer ist da? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Gruselig. Was machst du hier? Alan und Anna sind sicher, dass der Geist mit ihnen im Raum ist. Um es zu beweisen, führen sie einen Test durch. Sie legen Bälle auf den Boden und bitten, das Wesen sie zu bewegen. Wollst du den Ball zu mir? Schieß ihn zurück. Ein schwarzer Ball setzt sich in Bewegung. Es könnte der Beweis für ein sehr mächtiges Wesen sein. Und dann fängt die Ghostbox eine Stimme ein. Was war das? Der Stimme nach handelte es sich um einen älteren Mann. Siehst du das? Da links. Mach schnell ein Foto. Schnell, beeil dich! Da ist dein Schatten. Los, mach! Ein großer schwarzer Schatten erscheint an der Zimmerdecke. Er folgt der Dad. Es war beängstigend. Ich hatte Angst, dass der Schatten Anna oder mir etwas antun könnte. Die beiden beschließen, ihre Untersuchung in einem anderen Zimmer fortzusetzen. Geh nach links. Auch im ersten Stock stellen sie Kameras auf, um weitere mögliche Erscheinungen einzufangen. Passt das so? Ja, sieht gut aus. Unser Kommunikationssystem stand im Flur vor den Schlafzimmern. Ich betrat das Zimmer von Anna Adams. Anna Adams war die älteste Tochter des ehemaligen Besitzers. Wir stellten die Kamera so auf, dass wir den größten Teil des Zimmers sehen konnten. Ich kümmerte mich um die Feineinstellungen. Ich blickte auf den Monitor und dann hörte ich Dad auf einmal schreien. Die Kamera fiel um. Er war zu Tode erschrocken. Ich wusste nicht, was passiert war und war sehr besorgt. Zwei Fäuste schlugen mir gegen die Brust. So überraschend, dass ich nach hinten gegen einen Schrank stürzte. Es war ein heftiger, gewaltsamer Stoß. Ich bekam Angst. So ein tätlicher Angriff war noch nie vorgekommen. Sofort dachte ich, dass dieses Geschöpf wohl eine Nummer zu groß für uns ist. Ich hielt den Geist für Anna Cox Adams. Sie war wütend, weil sie keinen Mann in ihrem Zimmer haben wollte. Oder aber sie freute sich, dass endlich einmal ein Mann in ihrem Zimmer war. Um einen Mann von der Statur meines Vaters wegstoßen zu können, braucht es große Kraft. Natürlich machte ich mir Sorgen um seine Sicherheit. Nach dieser Attacke wenden sich Alan und Anna dem Kellergeschoss zu. Hier soll ein freundlicherer Geist sein Unwesen treiben. Im Haus lebte einst ein kleines Mädchen namens Mary. Sie spielte eines Tages auf dem Balkon. Von dort stürzte sie in den Tod. Da es mitten im Winter war, war die Erde gefroren. Man konnte kein Grab ausheben. Die Leiche der Kleinen wurde im Keller aufbewahrt. Es ist ein kalter, feuchter Keller. Aber die Atmosphäre dort war überhaupt nicht unangenehm. Ich spürte sofort ihre Anwesenheit. Das kleine Mädchen war dort. Es war lieb und sanft, unschuldig. Doch plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Als wäre der Geist des kleinen Mädchens von einer bösen Macht vertrieben worden. Ein bedrückendes Gefühl breitete sich aus. Und dann sagte Anna, etwas hat mich am Nacken berührt. Ich hatte große Angst. Es war niemand zu sehen. Wie soll man sich da verteidigen? Ein schreckliches Gefühl. Doch das ist noch nicht alles. Der tauschte die digital gegen die Videokamera. Allen hat gerade erst neue Batterien eingelegt, aber die Kamera funktioniert nicht. Kein Saft mehr. Irgendetwas hatte die Energie abgezogen. Als nächstes sagte Anna, jetzt ist es an meinem Bein. Man kommt sich so schutzlos vor, so angreifbar. Die Batterien von Allens Kamera haben sich auf unerklärliche Weise entladen. Doch Anna gelingt es, die unheimliche Begegnung zu dokumentieren. Jetzt tut er es wieder. Du wirst ausflippen, wenn du dieses Video siehst. Zum Glück konnte ich es aufnehmen. Man sieht eindeutig, wie fremde Finger eine Delle in mein Bein drücken. Ich sah Abdrücke von einer großen Hand, die fest in ihre Wade drückte. Man sieht vier Finger und die Spitze des Daumens. Sie sehen fast nicht menschlich aus, weil sie so lang sind. Ich hatte Todesangst. Was würde noch alles passieren? Mit Worten ist nicht zu beschreiben, was sein Vater in diesem Moment empfindet. Dieses Ding sollte meine Tochter loslassen. Ich wurde richtig sauer. Sieh dir mein Bein an. Ich habe alles auf Kamera. Jetzt fängt es schon wieder an. Nach 15 Sekunden sagte ich zu ihr, wir müssen hier weg. Ich hatte Angst um sie. Es fällt mir wirklich schwer, darüber zu sprechen. Allen und Anna haben fürs Erste genug. Wir beendeten die Sitzung, verließen das Gebäude, sprachen ein Gebet und besprühten uns gegenseitig mit Weihwasser. Trotz des heftigen Erlebnisses konnten Allen und Anna wichtiges Beweismaterial sammeln. Wir kamen zu dem Schluss, dass die Macht im Haus böse ist. Anna Adams war eine verbitterte, wütende Person. Sie wollte uns nicht da haben. Doch nicht alle Fragen werden beantwortet. Aufgrund der gesammelten Beweise glaube ich, dass es sich nicht um einen menschlichen Geist handelt. Ich sage es ungern, aber es ist vermutlich ein Dämon. Meine Tochter wurde festgehalten, hatte Fingerabdrücke auf der Haut. Diese Szenen werde ich nicht vergessen, solange ich lebe. Dieses Haus am Lake Huron, im kanadischen Ontario, hat eine schillernde Vergangenheit. Einst war es ein Restaurant, dann ein Bestattungsinstitut und nun ist es ein Wohnhaus. Die Besitzerin Susan Johnson beobachtet mysteriöse Vorkommnisse im Haus. Sie sieht seltsame Schatten, die sich bewegen und hört Klopfen in den Wänden. Als sich die Türen von selbst öffnen und schließen, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Sie war sehr besorgt und nervös, wie man an ihrer Stimme hören konnte. Susan nimmt Kontakt zu Michelle de Rocher auf. Die Expertin für übersinnliche Phänomene stammt aus einer Familie mit medial veranlagten Personen. Daher besitzt sie eine besondere Sensibilität für die Welt der Geister. Sie hat Dutzende von Fällen untersucht. Seit 2004 bin ich als Geisterjägerin unterwegs. Ich habe festgestellt, dass nicht alles immer so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Von außen wirkt das Haus sehr ansprechend. Und es hat eine spannende Geschichte. Allerdings hatte ich gleich den Eindruck, dass dieses Haus ein Eigenleben führt. Was auch stimmte. Ich konzentriere mich bei solchen Untersuchungen immer auf den Besitzer. Ich machte mir Sorgen. Susan erlebte Dinge, die ihr unerklärlich waren. Nun hatte sie genug davon. Also begab ich mich in ihr Haus, um nachvollziehen zu können, was sie sah und hörte. Meine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Natürlich bin ich auch immer ein bisschen nervös, wenn ich einen solchen Ort zum ersten Mal betrete. Doch Michelle weiß, man darf nie unvorbereitet sein. Deswegen versuchte ich, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Zum Beispiel ging die Spieldose auf dem Kamin immer wieder von selbst an. Michelle findet außerdem heraus, dass sich vor langer Zeit im Haus eine Tragödie ereignet hat. Angeblich wurden zwei Kinder die Treppe hinuntergestoßen und sind dabei gestorben. Auf der Treppe hörte man öfter eine Stimme sagen, beeil dich, er kommt. Es war die Stimme eines kleinen Mädchens, so wie Susan es beschrieb. Das war Alltag in diesem Haus. Michelle beschließt, gemeinsam mit ihrem Kollegen Patrick Cross das Haus zu untersuchen. Als ich reinging, spürte ich sofort, dass dort etwas sehr Bedrückendes war. Ich spürte, dass am oberen Ende der Treppe etwas war. Das war ein so überwältigendes Gefühl, dass ich sofort einen Druck im Kopf verspürte. Ganz klar, das war ein ganz besonderer Ort. In einer Weise besonders, wie Michelle es sich nicht vorstellen kann. Kaum waren wir im Haus, ging die Musikanlage an. Sie spielte 40er Jahre Musik. Sehr seltsam. Susan versuchte, die Anlage auszuschalten. Da macht das Team eine alarmierende Entdeckung. Der Stecker war gar nicht drin. Die Besitzerin des Hauses hatte Musikanlage und Fernseher vom Stromnetz genommen, um genau so etwas zu vermeiden. Plötzlich war Ruhe. Dieses Etwas im Haus wollte unsere Aufmerksamkeit. So was habe ich noch nie erlebt. Die Geisterjäger teilen sich auf. Patrick bleibt im Erdgeschoss, während Michelle sich das Elternschlafzimmer ansieht. Sie hofft, dieselben mysteriösen Klopfgeräusche zu hören, von denen Susan ihr berichtet hat. Zu Zeiten des Bestattungsinstituts war dieses Zimmer der Sargraum. Ein schöner, großer Raum. In dem ein grausames Geheimnis verborgen ist. Statt die Toten wie üblich zu begraben, wurden sie vom Bestatter hier eingemauert. Als dies schließlich entdeckt wurde, begründete der Bestatter seine Aktion damit, dass es so billiger gewesen wäre. Es war ihm vollkommen egal. Er hatte kein schlechtes Gewissen. Angeblich brachte er die leeren Särge auf den Friedhof, die er dann später wieder ausgrub und erneut verwendete. Auf einmal hörte ich es klopfen, direkt neben meinem Kopf. Da war etwas bei mir im Zimmer. Plötzlich spürte ich etwas an meinen Füßen. Ich guckte runter und sah, wie sich die Decke über meine Beine schob. Etwas zog die Decke hoch. Es war verrückt. Dieses Haus ist mehr als verflucht. Sie bleibt dennoch ruhig und geht hinunter zu Patrick und der Hausbesitzerin. Sie hielten sich im hinteren Teil des Hauses auf. Da stand ein großer Fernseher. Alle standen schockiert davor. Niemand sagte was. Alle starrten nur das Gerät an. Ich sah das Bild eines Mannes, das aus dem Fernseher kam. Und es läuft kein Gruselfilm. Auch der Fernseher war nicht am Strom. Da konnte nichts rauskommen. Doch dann lief etwas vorbei. Dieses Ding hatte so etwas wie Hörner auf dem Kopf. Es lief hin und her, als versuchte es rauszukommen. Mir standen sämtliche Haare zu Berge. Und dann hörten wir ein animalisches Geräusch. Eine Art tiefes Knurren. Das Ding wollte uns zeigen, dass es da ist. Vielleicht ein Dämon? Dämonen sind gefährlich, denn sie wollen anderen Schaden zufügen. Um ihn zu vertreiben, müssen Michelle und Patrick zunächst Kontakt aufnehmen. Stellt euch uns vor. Man hörte jemanden die Treppe herunterkommen. Aber da war niemand. Alle spürten einen heftigen Windstoß. Überall war dieser Luftzug zu spüren. Der Tisch begann zu vibrieren und sich zu bewegen. Es fühlte sich an wie ein heftiger Sturm. Bizarre. Geräusche, Stimmen und dieses Rumpeln, dazu ein Kratzen auf dem Tisch. Eine Stimme wie von einem Kobold. Und der Tisch dauernd so. Alle Kerzen gingen aus. Nur ein Dämon hat genug Kraft, um ein großes Möbelstück bewegen zu können. Und wir wussten ja, dass hier ein Dämon sein muss. Michelle und Patrick überprüfen die Bilder auf ihrer Kamera. Was sie sehen, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Da war ein Wesen mit kleinen Hörnern, einer Schnauze und weißen Schatten unter den Augen. Vermutlich war es dieselbe dämonische Gestalt wie die aus dem Fernseher. Ich hatte wirklich große Angst. Da war etwas Großes. Sowas habe ich noch nie erlebt. Michelle und Patrick nehmen eine spirituelle Reinigung vor. Doch die Geister sind so stark, dass der Spuk schon bald zurückkehrt. Schließlich wurde das Haus verkauft. Aber der Käufer setzte nie einen Fuß in das Haus. Er verkaufte es wieder. Und nach allem, was ich weiß, geht es dort immer noch so weiter. Und auch Michelle kann dem Dämon nicht entkommen. Eines Tages rief mich die derzeitige Hausbesitzerin an. Mitten im Gespräch entschuldigte sie sich, weil sie mal kurz an die Haustür müsse, und legte das Telefon zur Seite. Und auf einmal kam aus dem Hörer ein Knurren. Hatte der Dämon gelernt, wie man ein Telefon bedient? Auf meinem Handy tauchten auf einmal Sprachnachrichten auf. Knurren, zischen. Und einmal auch der Satz, er sucht nachts nach dir. Ich war schockiert. So etwas kannte ich nicht, und ich habe viele Hausuntersuchungen durchgeführt. Noch nie hat ein Wesen über das Telefon mit mir Kontakt aufgenommen. Dieses Haus übertrifft alles. Auf halber Strecke zwischen Cleveland und Toledo in Ohio liegt die Kleinstadt Clyde. Immobilienmaklerin Mavis Fitzpatrick und ihr Ehemann wollen ein Haus kaufen. Aber noch wohnen sie zur Miete, bis sie das richtige Objekt gefunden haben. Schon kurz nach dem Einzug entdeckten sie, dass etwas nicht stimmt. Mavis hört ein Flüstern in leeren Räumen. Gegenstände bewegen sich von selbst. Eines Nachts, als Mavis schläft, Schleicht etwas zu ihr ins Zimmer. Völlig verängstigt wendet sie sich an Geisterjäger Carlo Susic. Ich erhielt eine äußerst seltsame E-Mail. Bitte, bitte, bitte rufen Sie mich an. Ich brauche Ihre Hilfe. Darunter stand die Nummer. Carlo Susic ist Experte für paranormale Phänomene und hat eigene Erfahrungen mit Geistererscheinungen gemacht. Mit acht Jahren stellte ich fest, dass wir in einem Geisterhaus wohnten. Ich hatte niemanden, an den ich mich in meiner Not wenden konnte. Darum will ich jetzt anderen Menschen helfen. Er nimmt den Auftrag an und fährt nach Clyde. Seine Kollegen Amy Cobb und Chris Page sind mit dabei. Mavis war sehr verzweifelt. Sie bestand darauf, dass wir mehr oder weniger sofort zu ihr kommen. Auf den ersten Blick handelte es sich um ein ganz normales amerikanisches Haus, doch im Inneren ging Schlimmes vor sich. Damit sie wissen, was sie erwartet, bittet Carlo Mavis um eine genaue Schilderung der Vorkommnisse. Sie beschrieb uns genau, was alles passiert war und was sie erlebt hatte. Man konnte an ihrem Gesicht ablesen, dass die Frau große Angst hatte. Sie berichtet von einer Frau, die ihr nachts erscheint. Diese Frau sah furchtbar aus. Sie schrie herum und deutete auf Mavis. Anscheinend war sie sehr wütend. Das Team beginnt mit der Untersuchung. Wir spürten gleich, dass dort etwas war. Wir alle hatten eine Gänsehaut, es jagte uns einen Schauer über den Rücken. So aufgeladen war die Atmosphäre. Das war mein erster Eindruck. Carlo verwendet eine Wärmebildkamera, die per Infrarot zur bildlichen Darstellung von Temperaturen geeignet ist. Ich drückte sofort auf Aufnahme. Zum Glück. Denn schon erschien auf dem Monitor eine Gestalt, die sich auf das Schlafzimmer zubewegte. Ich sagte den anderen sofort, was ich gesehen hatte. Wer ist das? Nur wir sind hier. Ich bekam Angst. Ich sah auch diese Gestalt auf der Wärmebildkamera. Sie sah aus wie eine bucklige Frau und sie verschwand in einer Tür. Ich weiß, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Ich spulte zurück. Da sah man diese ältere Frau. Es war faszinierend, aber auch beängstigend. Vorsichtig folgt Carlo der Erscheinung ins Schlafzimmer. Dort erwartet ihn eine Überraschung. Im Zimmer war niemand. Was für ein Schock. Ich wusste ja, was ich gesehen hatte. Dieselbe alte Frau, von der mir Mavis erzählt hatte. Und auf einmal roch es im Zimmer nach Moschus. Es ist ein sehr fragwürdiger Geruch. Die Familie hatte auch geschildert, etwas gerochen zu haben. Man weiß, dass Geistererscheinungen oft mit verschiedenen Düften einhergehen. Selbst wenn man von außen an diesem Schlafzimmer vorbeiging, spürte man die Energie, die sich darin befand. Man hatte das Gefühl, die Frau würde von dort aus alles beobachten und man selbst permanent durch sie hindurchlaufen. Das Gefühl der Schwere steht immer für die Anwesenheit von etwas. Auf einmal hörten wir die Frage, wer seid ihr? So was ist gruselig. Wir suchten nach Antworten, aber der Geist stellte uns Fragen. Wir sind die Lebendigen, Geister die Toten. Sie wollte wissen, was wir bei ihr zu suchen haben. Plötzlich beginnt Carlos K2-Meter zu blinken. Es zeigt elektromagnetische Felder im Zusammenhang mit übersinnlichen Vorkommnissen an. Kaum blinkte das K2, hörten wir ein lautes Krachen. Was um Himmels Willen war das? Wir gingen in das Zimmer, aus dem das Geräusch kam. Da lag eine Batterie. Wir hatten gehört, wie etwas gegen die Wand krachte und dann zu Boden fiel. Man konnte eine Delle in der Wand sehen. Es muss sie viel Kraft gekostet haben, die Batterie so heftig zu schleudern, dass eine Delle in der Wand entstand. Der Geist war sauer, dass wir in seinem Zimmer waren und fing an, mit Sachen zu werfen. Anscheinend ist sie sehr stark. Ihre Wut ist im Jenseits stärker als zu Lebzeiten. Sie wollte uns verjagen. Der heftige Angriff macht alle nervös. Ich hatte Angst um unser Team. Falls wir nicht vorsichtig waren, konnte die Untersuchung böse enden. Vielleicht würden wir sogar verletzt. Ihr Energielevel wurde immer stärker und sie immer wütender. Carlo hört noch einmal die Aufnahmen ab. Das Ergebnis besorgt ihn. Ich hörte ganz deutlich, wie eine Frau sagt, verschwindet. Der Geist schickte mir eine Warnung. Er konnte mich jederzeit angreifen und verletzen. Get out! Get out! Laut Carlos Vermutung könnte der Geist einmal in diesem Haus gelebt haben. Daher fragt er die Mieterin, Mavis Fitzpatrick, nach den vorherigen Bewohnern. Die Antwort ist aufschlussreich. Dort wohnte eine bösartige ältere Dame. Sie war sehr gemein. Zu Erwachsenen wie zu Kindern. Sie kippte ihren Urin auf Kinder. Wir glauben, dass man nach dem Tod bleibt, wer man im Leben war. Wer vorher gemein war, wird es im Jenseits auch sein. Eines Tages stürzte die alte Dame auf ihrer Veranda. Zwei Tage lag sie hilflos da. Dann kam zufällig ihr Sohn zu Besuch und brachte sie ins Krankenhaus. Wenige Tage später verstarb sie. Durch ein derart traumatisches Ereignis kann negative Energie an einem Ort verbleiben. Diese Frau hat immerhin über 40 Jahre dort gewohnt. Carlo versucht, Kontakt mit dem Geist der alten Frau aufzunehmen. Wir stellten ihr Fragen wie, wieso sind sie so gemein? Was haben sie gegen diese Familie? Es sind nette Leute, die einfach nur in Frieden hier wohnen wollen. Wieso lassen sie sie nicht in Ruhe? Leider hatte ich den Namen der Frau vergessen und fragte dann, Bertha oder wie immer sie heißen. Heißen sie überhaupt Bertha? Würden sie bitte das grüne Licht berühren? Auf einmal hörte ich, wie eine kratzige Frauenstimme mich korrigierte. Benita. Benita. Ich bekam eine Gänsehaut. Die Frau selbst hat mich korrigiert. Benita. Benita. Ein intelligenter Geist also. Und als nächstes hörten wir... So ein Klopfen. Was war das nun wieder? Das Geräusch kommt aus dem Keller. Über dem Klopfen ertönte eine Stimme. Geht nach Hause. Wieder diese kratzige Stimme. Dieselbe wie auf allen unseren EVP-Aufnahmen. Eine heisere Frauenstimme. Sie nannte uns ihren Namen. Benita. Sie wollte, dass wir verschwinden. Jetzt sagte sie, geht nach Hause. Sie war nicht glücklich mit uns. Ich wäre am liebsten abgehauen. Ich hatte Riesenangst. Man weiß nie, wie mächtig so ein Geist ist und was er vorhat. Nun scheint der Lärm von draußen zu kommen. Wir rannten auf die Veranda. Auch dort war niemand. Also gingen wir wieder in den Keller, wo wir wieder dieses Klopfen hörten. Ihre verbleibende Energie war in dem Ort gefangen und mit dem Klopfen versuchte sie Aufmerksamkeit zu erregen. Sie klopfte und wartete auf Hilfe. Doch der Geist ist böse und stark. Daher beschließt Carlo, das Haus spirituell zu reinigen. Chris und ich gingen beten von Raum zu Raum. Wir versprühten überall Weihwasser, um den Geist aus dem Haus zu vertreiben. Die Familie sollte endlich in Frieden leben. Doch der Geist der alten Frau will nicht gehen. Ich habe noch nie einen so starken Geist erlebt. Wie jemand, der dich zurückhält, wenn du weggehen willst. Mit aller Kraft. Das hat mir große Angst gemacht. Dem Geist war es völlig egal, was wir da machten. Er gab uns zu verstehen, ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe, wo ich bin. Das würde auf spirituellen Krieg hinauslaufen. Doch Geister sind uns überlegen. Trotz aller Bemühungen, Carlo kann den Geist nicht vollständig vertreiben. Er scheint zu stark zu sein. Als wir den Hausbesitzern unsere Beweise präsentierten, waren sie erleichtert. Sie waren also nicht verrückt. Was sie uns geschildert hatten, war tatsächlich passiert. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, denn normalerweise hilft eine spirituelle Reinigung. Doch bei einem so starken Geist muss man das Ritual ein zweites Mal durchführen. Doch so viel Geduld hatten die Bewohner nicht. Zwei Monate später zogen sie aus. Carlo glaubt, dass der Geist bis heute sein Unwesen in dem Haus treibt. Es ist sein Zuhause und dort bleibt er auch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. trunk von Monat. Die Form des Jahres.